herzlich willkommen zu einem neuen probenvlog ein neues jahr und wir proben das erst mal wieder bis das video online kommt da ist das jahr schon lange hier wird gebaut ich glaube ich besser finde ich wenn sie würde ich nicht in den armen verstehen können was sagen sie war zwischen muttys brust oder okay ich weiß nicht wissen ich sag uns erst wenn er irgendwann mal fertig ja schick ich finde es nicht sicher ja noch deine haare grün du hast ja auch die frisur geil okay von hinten zeig mal wie geil ist das das ist echt joker während die andere besetzung probt hat man die pause was magstina wohl gerade denken ich bin jetzt von frankenstein junior ja wenn wir mal keine mottische haben müssen halt beide gommes Ich habe Tiefe in meinem Reservoir, der Weibchen, in meinem Herzen gekriegt und deinem Vater um Vergebung gebadet. Wir haben nicht eine Tochter verloren. Weniger, dieses Note für Note singen. Meide nicht den Wahn, warten, warten, du zu schwach bist, weg, solange es ein bisschen nach vorne geht. Also dass ihr nicht so abwartet, sondern so ein bisschen aktiver los singt. Als Taurina bist dunkel, meide nicht den Wahn. Du zu schwach bist, wegst dein Licht daran. Es geht nicht darum, dass wir das Ding hier machen. Also, die Musik ist getragen, aber nicht geleiert. Licht daran. Ja, ich glaube, ich werde das mit den Herren noch mal extra irgendwann machen. Weil sie hier so gut waren. Welche Hallen amplify! Pause! Nur wenn wir zu schwarz sind. Wichtig ist bei so einem Wetter, dass man sich immer schön warm anzieht. Weil sonst ruht man sich echt den Tod, ey. Verdammt. Wir machen heute eine Sitzprobe mit der Band. Das bedeutet, wir sitzen alle und singen. Ich muss ja eigentlich Orchester sagen. Wie gesagt, Sitzbohr. Oh, guck mal, Beka hat ihre Vollstuhl. Beka hat sich wieder so rumwerfen. Das ist das Beste. So sitzen wir hier. Und Stina? Stina hat ein ganz tolles T-Shirt. So? Verrückt! Oh, bin ich das? Ach, ich bin das? Und wer was von dir will, ist nur ein Hünder. Das sind die Ernst am Stuhl. Wir sagen einsam, wir glauben nicht an uns aus der Luft. Wir werden jetzt gehen? Wir werden jetzt gehen? Ja. Gut, dann kann doch mal. Das ist das erste Mal. Probe mit Bett. Ein ganzer Durchlaut. Mikrofone. Ein Durchlaufer eines ersten Akties. Mit Mikros und Band zusammen. Und ich mit der Ukulele. Das soll noch Überraschungen bleiben. Das soll eine Überraschung bleiben? Oh Gott, was soll denn hier wohl eine Überraschung bleiben? Das wird eine Überraschung sein. Heute ist ja hier volle Besetzung, wa? Theoretisch. Junge, 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 Junge. Ein Orchester. So Leute, ich dirigier heute. Genau. Also Leute, folgt diesem Finger. Ja. Ja, er hat's drauf. Er hat's drauf. Er hat's drauf. Also Knichel, was du aus so einer Ukulele rausholen kannst. Das ist beeindruckend. Klingt ein bisschen wie ein Klavier. Ist wohl verstimmt. Ich komm jetzt an. Nichts mehr verwesen. Fast wie. Ja hallo! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020